Seit knapp zehn Jahren unterstütze ich Organisationen dabei Office 365 erfolgreich einzuführen und zu nutzen. Mein besonderer Schwerpunkt liegt hier bei Microsoft Teams, das mir besonders am Herzen liegt und hier vor allem bei den Themen Adoption und Governance. Bei Paul Software bin ich als Pre-Sales Manager für den deutschsprachigen Raum Ihr technischer Ansprechpartner rund um alle uns benutzt. Die notwendige Namensrichtlinie wird abhängig der ausgewählten Werte automatisch korrekt angewendet. Ich muss diese nicht kennen und manuell eintragen. Im nächsten Schritt wähle ich nur noch die Mitglieder meines Teams. Mein Team erwartet mich dann mit allen vorkonfigurierten Kanälen, Reitern und Apps, die ich für mein IT-Projekt benötige. Bis jetzt!